Die nächste Frage ist so ein bisschen provokativ formuliert. Mit den anderen Leistungsanbietern bekommen die Werkstättenkonkurrenz. Konkurrenz ist doch eigentlich nicht schlecht, oder? Ja, zur Konkurrenz kann ich mal Folgendes sagen. Wir haben im Endeffekt ein Klinikform. Das macht jedes Jahr 4 Millionen Euro. Wie gesagt, dieses Klinikform. Die würden sich da bestimmen. Das ist ein Klinikform. Das ist ein Klinikform. Aber!